wo 1 und da zu einer weiteren folge der scrap challenges heute mit den drei kandidaten julie simon und das kraft schönen guten tag und die heutige folge wird ganz nach dem motto kurz und knackig okay dementsprechend schon zu ende wünschen also das motor kurz und knackig erstmal zu den bauregeln da gibt es wie bei mir schon öfters nichts ihr könnt so viele schubdüsen ihr könnt so viele motor so viele räder was auch immer benutzen nur nichts explosives stoßdämpfer sind auch okay das funktioniert mittlerweile das einzige was anders ist ihr habt keine halbe stunde ihr habt keine dreiviertel stunden zum bauen sondern ihr habt 20 minuten zum bauen 20 minuten bauzeit ihr könnt in der zeit natürlich machen was ihr wollt und dann gibt es das battle hier ganz klassisch drei leben jeder und das war es dann schon für heute sind die vorgaben klar juli juli muss das nur erst mal sacken lassen naja das wird also wenn alle auf positionen sind dann würde ich sagen startet eure bauzeit in 321 viel spaß viel spaß kurz und knackig 20 minuten sind natürlich absolut nicht lang das ziel bei dem ganzen sie oder die kandidaten unter zeitdruck zu setzen deswegen erwarte ich mir jetzt auch keine groß spektakulären fahrzeuge aber ich hoffe dass sie zum beispiel bedenken genug power zu nehmen wir sehen das kraft der baut erstmal ein brett ein unsymmetrisches brett und der erwartet vermutlich dass ich den aber ich fange nicht hier an der juli fängt an mit was sehr klein also wirklich absolut klein paar schubdüsen ich würde mal schätzen der versuch die schiene zu gehen dass er fliegen möchte ganz ohne räder ganz ohne motor einfach nur fliegen da bin ich mal gespannt fliegen hat bei judy ja schon paar mal nicht so ganz gut geklappt ich erinnere da macht er erstmal abgang ich wollte eigentlich gerade wieder weg fahren und dann höre ich dann so wusch und weg ja ich habe nichts gesehen ich glaube die power muss ein bisschen angepasst werden aber kaum kaum ja gut dann dann fange ich jetzt doch bei dir an dein ansatz ist einfach nicht fahren sondern fliegen ja ich habe gedacht hier kurz und knackig da kriege ich eh nichts mit reifen hin achte ich ja ich sehe ich bin voll einfach fliegen fliegen ist einfach und kriegst es schneller hin ja eben genau das dachte ich nämlich auch ich habe jetzt auf ganz schwach wirklich verarschen das ist ganz schwach okay pass auf ultra schwerer flacher block so easy ultra ich bin mal auf deinen nächsten test gespannt moment moment ja ja dann machen wir doch noch mal so und dann mache ich die doch jetzt einfach mal 2345 ok also fünf ist schon zu viel aber da ich ja noch sachen hinbau dürfte das eigentlich ganz gut sein denn ich muss natürlich auch noch hier in alle richtungen haben ja wenn ich schon sehe wie das fahrzeug auf dem boden woppelt ja gut kurz und knackig war ja ich habe zwar keine ahnung ob das irgendwas wird das waren jetzt knapp fünf minuten ach du scheiße also viertelstunde hast du noch so und simon fährt wohl auch nach dem motto klein und knackig ok was hast du dir denn jetzt da dabei gedacht hier vorne ich habe mir gedacht sprung führen kann jeder ich mache was anderes ok was hier so funktioniert wie ich das haben möchte wenn ich habe ich ein pech und wie letztes mal mit auch mit so standen für die denkung finden ja das hat sie bei mir grundsätzlich immer wieder bewährt also ich bin ich bin mal gespannt wie willst du es auch noch einstellbar machen hier vorne oder hast du einfach die eine grundposition und die eine grundposition mehr gibt es auch nicht ok aber das kann was eingefallen nachdem ich jetzt schon mehrfach propagiert habe das schub düsen wichtig sind muss sie natürlich auch welche nach hinten machen um anzugreifen weil ich gehe davon aus dass haben die anderen nicht vergessen dass ich mit den schub düsen die letzten folgen immer gut gespielt habe soll ich das ding unten wegnehmen ja 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 wie viel zeit haben wir noch neun minuten alles klar naja dann gut und viel erfolg noch danke danke was macht der just craft der können auch verstände drehen da könnte ich fragen wie er das gemacht hat ach so der hat vermutlich einfach nur ja ok lenkung müsste jetzt funktionieren da ist ein ding wieder kürzer oh nein wo ist ein ding kürzer eigentlich müsste das jetzt passen ich habe extra nichts auf diese aus design gelegt weil ich meine es würde eh dann wieder nur so ein schrott wie von der g-klasse beim letzten mehr raus kommen deswegen also ich hab ja ich bin ganz am anfang habe ich bei dir kurz rübergeguckt bin dann rüber zu judy da hatte es einfach ein wunderschönes brett ein brett mit einem schul drauf ich war auch am anfang planlos aber ich muss jetzt glaube ich erst noch mal vorne bisschen das gewicht verlagern genau ist das so viel ich gucke mal sicher gleich kannst du mal ganz kurz unten die ramp entfernen ja danke so ja das ist schon zu viel dann nehmen wir da einfach mal eine reihe weg also die blöcke sind schon krass das kann ich doch aus eigener erfahrung sagen keine ahnung jetzt moment mal jetzt bist du das heißt vorne ist so viel ja doch ein bisschen viel hat es noch vorne ich glaube wenn ich vorne jetzt jeweils noch mal einen runter gehe aber ich glaube dann hänge ich gebe ich nach vorne ja dann musst du noch nicht glückte ausgleichen ja aber man muss ja nicht immer mit schönheit zum ziel man kann auch mit nö es geht ja im endeffekt darum im battle nachher zu gewinnen händen ist so viel kraft drauf so 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 stopp 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 4 5 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 4 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 1 11 11 11 so also ich habe diesmal ein bisschen mehr energie aber ich glaube ich muss jetzt nicht alle features zeigen oder wofür war das ach das war genau den trick hatte ich mir bei dir beim letzten abgeschaut ich kann das recht cool dass man sich dann so nach unten drücken kann deswegen aber mehr will ich nicht verraten fangte morgen mich an die von wieso nicht bin dann würde ich mal alle auf position bitten dann würde ich sagen der simon der winkt hier schon fleißig herum es geht los jetzt muss er wieder raus kommen da wird geschoben da wird geschoben ich komme von hinten so das war julis erstes leben alle sind bereit würde ich sagen 3 2 1 go ich häng fest was darfst du denn warte mal ich häng fest mann warte mal nein jetzt bin ich wieder auf der kackseide jetzt bin ich wieder gut dafür habe ich kein szenario auf dem dach ist zu viel wer hat sich angriff angreif von julis es wäre fast in die hose gegangen aber alles gut ich will hier raus ich will hier raus So. Alle kämpfen um Simon rum und Simon macht nix. Oh. Oh. Juli! Und... Nee! Da hat er mich aber verarscht. Da hat er mich aber haupten. Oh nee! Da! Das war stark, Rasmus. Da hat er mich haupten verarscht. Nein, das ist jetzt die Quackside, die ist komplett unberechenbar. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder ausgeschieden. Nein, 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 nein. und würde die rausgeschoben noch drei ich hänge schon wieder fest auch wenn jazz kraft ist immerhin kriegt sich da hinten aufzubocken und hat der arena habe ich noch so kurz rein fahren und wieder so also jetzt schon okay dann würde ich sagen 321 jetzt ja voll power jetzt soll ich wieder richtig jetzt ist juli wieder auf seinen rädern jetzt kann er wieder angreifen ja ich brauche so nicht gleich mal mit den anderen schubdüsen ausgleichen simon ich sehe nichts kamera ich sehe nichts kamera und da kann ich nichts machen ich habe nach hinten keine schubdüsen das heißt drei leben noch für das kopf zwei leben für simon ein leben für juli jawohl 321 oder gibt gas ohne schub so und väter jetzt angriff nein wo leute wenn du wenn du auf den rädern stehe mit lüscher und raus what the fuck so hat keine seine räder verloren alle noch gut würde ich sagen können wir gleich wieder weitermachen 321 go es sieht immer so schön das war knapp und raus ist da war noch ein letzter reifen in der arena aber den hat er selber rausgekickt so sind alle wieder bereit wir alle zwei noch zwei leben alle 222 also 321 auf jeden Fall so keiner fährt wirklich schon angriff jetzt aber das war jetzt simons rettung hier der steg nach oben was passiert simon spielt ein bisschen mit ich drücke ist doch auch aussteigen schön ausgetrickst und das kraft ich bin dass der nachher habe ich hatte ja auch nix ja gut ich habe auch nicht also okay ist ganz höchstens auch umdrehen aber ich glaube dass er damit macht jetzt eigentlich unfähig schubdüsen funktionieren noch und deine eine schubdüsen nach oben macht nix du hast doch auch noch drei schubdüsen nach vorne also bewegen kann er sich so ist wenn er jetzt mal mit den schubdüsen nach vorne gas gibt wo sind auch davon die hier ich trau mich halt echt nicht das ist funktioniert also das letztes leben für jasper 700 noch zwei mal sehen das jetzt das letzte match wird 321 so ganz vorsichtig kassen sie sich ran wieder aus was war es das jetzt nein er kann gegen halten aber doch nicht so richtig ja raus ist ja wer auch wenn ich auch gesagt dass kraft das kraft ist ein reich steht auch da drin genau sie bei noch in der drehung waren draußen genau genau senkrecht parallel zum ding hier war da waren alle reifen draußen zustand ist noch mit schrottmühle hat gewonnen gz simon damit hast du jetzt damit hast du jetzt die folge kurz und knackig auch gewonnen ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst gerne leichter schaut beim nächsten mal wieder rein bis dahin mehr reifen mehr reifen